Untertitelung des ZDF, 2020 dass es die Luft durchsteht. Und was hast du denn jetzt? Ja, aber nicht lang, nur eine halbe Stunde, bis sie so weit sind. Nicht so weit. Also wenn, dann eher das Hüdenbrand. Da haben wir zwei Hürden. So, dann beginnen wir den Anfängerlauf Mini. Erste Starterin Tanja Fuchs mit Kayla und bereithalten kann sich Andrea Denk mit Ayasha. Der Stallung mit sie. Der Mann aufmacht. Schöne ihn! Erste Starterin Tanja Fuchs Denk hast du? Denkst du solltest auch so! Dann schöne ich euch nicht. Von ihm oder anderen. Schöne Die Hürde war nicht dran. Leider disqualifiziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017